Hallo liebe Fußballfreunde, Thema Bayern München, Bundesliga 2022, 2023, sechster Spieltag. Bayern gegen VfB. Endgebnis 2 zu 2 Start F von Bayern München, Manuel Neuer, Nachzudi, Ubamecano, Delikt, Davies, Kimmich, Kurenska, Till, Musilala, Gnabry, Thomas Müller. Start F von VfB, guckert, Müller, Mafro, Mafro, Basis, Anton, Ito, Silas, Grazor, Susano, Amada, Gurrisi, Diago, Thomas, das war's von Bayern München gegen VfB, guckert, 15 Uhr alle 50. 出sil? Osuha. Osuha. Vielen Dank.